Musik Moin moin meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Video Amen Und erstmal grüßen wir bevor ich was verrate, warum es hier überhaupt geht Und heute ist Wolfgang Göllefrand In echt heißt Janina Und sie schreibt, ich hoffe ich werde bald gegrüßt Hab dich ganz doll lieb Du bist so toll, ich hoffe ich werde bald gegrüßt Warte schon so lange drauf Janina, liebe Grüße an dich Elisa590 Sie schreibt, kannst du mich bitte grüßen Ich bin dein allergrößter Fan Ich liebe dein Content, hab dich ganz doll lieb Ganz doll lieb, hab dich auch ganz doll lieb Mein kleines Mäuschen Und jetzt wird's ernst Wer mich richtig kennt, weiß, dass ich ein richtiger Schisser Vorm Telefon bin Aber ich hab mich überwunden Und mir wurden ganz, ganz viele Nummern geschickt Ich wollte nämlich heute ein Fancall-Video machen Aber kein normales Fancall-Video Sondern ein bisschen verarschen Und ich hoffe, die Leute sind auch wach Und alle, die angerufen werden, werden auch gegrüßt Doppelter Bonus Ich hab so die Pumpe, ich hab richtig Angst Oh, ich kann das nicht Ich kann das wirklich nicht Mein Herz mag gerade so Gucken wir mal Sophia an Ja? Hallo? Hallo? Kannst du dir vorstellen, wer ich bin? Nein Ach doch! Oha! Hi! 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 Ich hab gerade überhaupt nicht gebetet, wer du bist Oh, ich hab gerade schon versucht, zwei anzurufen Keiner geht ran Ich weiß, es ist schon voll spät Eigentlich nicht? Ne, irgendwie nicht Zweimal Anrufbeantworter Mir geht so die Pumpe Ich hab so Angst vorm Telefonieren Eigentlich wollte ich dich verarschen Aber ich bin zu fein hier gewesen Okay Oh Erstmal grüße ich dich ganz herzlich Ja, dankeschön Bitteschön Möchtest du noch irgendwas Schönes sagen, was ins Video kommen soll? Ja, dass du eine sehr tolle YouTuberin bist Und dass ich hoffe, dass deine Also, dass mehr Leute folgen Und mehr Leute deinen Kanal abonnieren Oh, dankeschön Ich hab dich lieb Bitteschön Ich dich auch Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend Dankeschön Dir auch Danke, ciao Luisa rufe ich jetzt an Hallo Hallo Sie haben Pizza bestellt bei uns? Nee Mein Spaß Weißt du, wer ich bin? Nein Kannst du dir vorstellen, wie du eventuell deine Nummer geschickt hast? Oh mein Gott, hallo Hi, wie geht's dir? Voll gut Oh, krass Oh, cool Und ich grüße dich ganz herzlich Danke Du bist jetzt übrigens in meinem Video für morgen Hallo Dann wünsche ich dir doch einen ganz, ganz schönen Abend Danke Und danke, dass du meiner Community angehörst Ach, bitte Dankeschön Hallo Willst du mich eigentlich verarschen? Wer bist du? Ja, wer bin ich denn? Ich weiß nicht Michelle? Vielleicht Oh mein Gott Hallo Hallo Mäuschen Oh Gott Nicht weinen Bitte nicht wein Ach Mäuschen Oh mein Gott Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke Ich hoffe, dir geht's auch gut Auch von mir Dann noch einen wunderschönen guten Abend und vergiss nicht, morgen bist du im Video Hallo Hallo Ciao Ciao Ich hab dich lieb Ich hab dich auch lieb Jasmin, ich hoffe, du bist da Hallo Hallo Wer ist da? Ich weiß es nicht Kann sie mir bitte sagen, wer ich bin? Wie heißt sie? Ich weiß, dass du Jasmin heißt Bist du eine YouTuberin? Ja Bist du Michelle? Ja So bin ich bei Danke, dass ich mich dabei Ja, das bist du Danke schön Dann hab ich euch ganz doll lieb und bis dann Ciao Ciao Tschüss Hallo 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 Ja Ich habe meinen Namen vergessen, könntest du mir vielleicht weiterhelfen? Hahaha Ich weiß nicht, was bist du? Ich komme mir gerade so komisch vor Wieso das denn? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht, ich bin kurz leise Ähm, wie alt bist du? Über 18? Ich bin 22 Oh mein Gott, ich glaube ich weiß nicht Ja Mein Gott, ähm Bist du Bist du YouTuberin? Ja Oh mein Gott magazine Oh mein Gott Oh mein Gott war sie da raus? Mein Geschwester hat mich da vor Ya quatre Nein, alles gut. Oh, wie süß ihr seid. Ja, meine auch. Ich habe nämlich Angst vorm Telefonieren und es ist grad volle Überwindung. Ja, aber wir sind hier so zu dritt auf meinem Bett und hätten es jetzt so gar nicht erwartet. Wie cool ist das? Oh mein Gott, ich freue mich gerade so. Das weißt du gar nicht. Ja, ich freue mich. Das freut mich, dass ich dich glücklich machen kann oder euch. Und ich grüße euch ganz herzlich. Dankeschön. Bitte schön. So ein Gott, kann ich auch noch hier uns begrüßen. Na klar. Dann grüße ich meine beiden besten Freundinnen, Anna, Lucia und Antonia. Liebe Grüße auch an euch von mir. Hi. Und, ähm. Auf jeden Fall, ich freue mich mega, dass du anrufen hast. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte, bitte. Tschüss. Tschüss. Die hat sich gefreut. Wir rufen auch mal einen Kerl an, oder? Rufen wir noch mal Julian an, wollen wir gucken, ob der reagiert. Versuchen wir das noch mal mit der Pizza. Hallo. Guten Abend. Servus. Sie haben bei uns Pizza bestellt. Es kommt ein bisschen später. Was? Sie haben bei uns Pizza bestellt. Es kommt ein bisschen später, weil wir Oliven waren ein bisschen alle. Wer ist denn da? Ja, der Pizza Service. Die was? Der Pizza Service. Lieferservice? Ja. Das wäre ein Lieferservice. Sie haben nur Pizza bei uns bestellt. Okay, ich löse es auf. Du bist bei meinem Fancall-Video dabei. Hallo. Hallo. Wer ist denn da? Ja, du hast doch einer YouTuberin die Nummer gegeben, oder nicht? Ja. Macht's Klick. Ach so, du. Ja. Der Moment, wenn die Leute nicht wissen, wen sie die Nummer gegeben haben. Ja. Michelle? Ja. Ich muss auswählen, mich um festzustellen. Okay. Ciao. Liebe Grüße. Tschüss. Hallo. Hallo. Weißt du, wer ich bin? Ja. Ich glaube, Mrs. Sophia. Ja, ich wollte dich mal in mein Fancall-Video mit reinnehmen und dir ganz, ganz herzlichen Dank für die Fanpage sagen. Bitteschön. Dankeschön. Ähm, darf ich dich mal begrüßen? Na klar darfst du das. Dann grüße ich die Lena und die Aische. Melena und Aische. Liebe Grüße auch von mir an euch. Ich wünsche dir noch einen superschönen Sonntag und ich hoffe, du hast dich ein bisschen gefreut, dass ich dich angerufen habe. Ja, hab ich auch. Ciao. Ja, tschüss. Moin, moin und willkommen zu meinem neuen Video. Wer bist du? Du hast mir deine Nummer geschickt. Die YouTuberin ist Sophia. Was? Nicht im Ernst? Bin ich im Video oder wie? Ich wollte eigentlich, dass du ins Video kommst, ja. Okay. Oh mein Gott, du hast dich jetzt total überrascht. Ich hab's erst sogar nicht gecheckt. Ich grüße dich ganz herzlich auf jeden Fall. Oh, danke. Bitte schön. Möchtest du noch irgendwas Schönes uns beitragen für das Video? Ich grüße meine drei Freunde. Die Lena, die Maike und die Nina. Okay, liebe Grüße an deine Freunde. Und ich wünsche noch einen wunderschönen Abend und einen tollen Sonntag. Und ich hab dich lieb. Lieb ich auch, danke. Tschau. Tschau. Okay, meine lieben Freunde, es hat keinen Sinn mehr. Vergesst nicht die Verlosung von letzter Woche. Die geht noch bis zum 25. Und dann gibt es ein Fanpost-Auspack-Video. Und wer mir noch keine Fanpost geschickt hat und das noch gerne machen möchte, der kann sich die Adresse in der Infobox angucken in jedem Video. Und ich wünsche euch noch einen super, super, super sonnigen, schönen Sonntag. Und auf jeden Fall sind da meine Social Media Sites. Und auf der anderen Seite sind wir den Sonntagsvideos verlinkt. Tschau. Tschau.